Wie kann ich mit meinen Ängsten umgehen? In diesem Video gebe ich dir ein paar Anregungen, was du machen kannst, damit die Ängste, falls du welche hast, deinen Alltag nicht dominieren. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die auch mit Ängsten zu kämpfen haben, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Teile gerne das Video und leite das weiter. Die Statistik zeigt bei Therapeuten, dass die Anzahl der Menschen, die Angst haben und wo auch die Angst ihren Alltag, ihr Leben im Griff hat, immer größer wird. Es geht mir jetzt nicht hier um die Gründe und was unsere Umwelt und unsere Welt gerade damit zu tun hat und die Nachrichten und die Politik. Es geht wirklich darum, wie kannst du es für dich auflösen. Ich gebe dir hier ein paar Anregungen und bin mir ziemlich sicher, wenn du es umsetzt, dass du damit einige Erfolge erzielen kannst. Es geht jetzt hier wirklich nicht um eine reale Angst und eine reale Bedrohung, wo vor dir gerade jemand steht, der dich gleich umbringen möchte oder du hast einen Nachbarn, es ist ein Mörder oder so. Es geht wirklich um Ängste, die in unserem Kopf stattfinden, die wir uns immer wieder erzählen oder Ängste, die in den Medien stattfinden. Wir schauen uns das jeden Tag an und verbinden uns mit dieser Angst und glauben das und das vernichtet einfach unseren Alltag, unsere Lebensqualität. Ängste entstehen im Kopf und wenn wir sie die ganze Zeit im Kopf wiederholen, hat das Einfluss auf unseren Körper. Sobald du spürst, dass wieder Ängste da sind und du weißt jetzt gerade, es ist wirklich keine Gefahr im Außen, schau, dass du in deinen Körper reinkommst und dass du anfängst, deinen Körper zu spüren. Was ist mit meinen Füßen? Wie spüre ich meine Füße? Wie ist mein Rücken? Wie sind die Muskeln an meinem Bauch? Bin ich gerade entspannt oder verkrampft? Wie ist mein Atem aktuell? Ist das entspannt oder hektisch? Und wenn du magst, orientiere dich auch an dem Ort, wo du gerade bist. Zum Beispiel sitze ich jetzt hier bei mir im Wohnzimmer. Ich sehe hier vor mir einen Fernseher. Da ist ein Stuhl, ein Tisch. Ein Bild hängt hier. Wenn ich rausschaue, sehe ich einen Baum. Das heißt, wenn wir uns orientieren an das Hier und Jetzt. Und es mag, ich glaube, für viele, die Panikattacken haben, kennen diese Übung bereits. Für viele andere, ich glaube, ich wäre früher genauso gewesen, würden denken, was ein Quatsch, die brauchen da etwas anderes, etwas Handfestes, um aus der Angst rauszukommen. Etwas, was ich bestellen kann, vielleicht was ich einnehmen kann oder was ich benutzen kann, damit es meine Angst wegmacht. Doch du bist die Lösung. Dein Körper ist die Lösung. Wenn im Fernsehen etwas über Krieg erzählt wird und ich mir anfange, Sorgen zu machen, dass es gleich hierher kommt, zu uns nach Deutschland, dann ist das alles im Kopf, diese ganzen Sorgen. Das heißt nicht, dass das nicht passieren wird. Aber trotz allem ist ja jetzt gerade nichts los. Das ist gerade Frieden. Es ist gerade alles gut in dem Ort, wo ich gerade bin. Ich bin in Sicherheit. Und das ist so wichtig, dass wir das lernen, uns nicht mehr darauf zu verlassen, was andere uns im Außen erzählen, sondern dass ich mich an mir selber orientiere, im Hier und Jetzt. Wie fühlt sich mein Körper jetzt gerade an? Und die Umgebung, in der ich bin, was ist der Zustand von dieser Umgebung? Und in der Regel ist es friedlich. Und wenn wir uns daran orientieren, kann sich das Nervensystem so ein bisschen beruhigen und die Angst ist dann nicht mehr ganz so groß. Es gibt ein Buch, das ich dir empfehlen würde. Es hat zwar nicht viel mit Angst zu tun, kann aber unglaublich viel helfen, Ängste und Sorgen loszulassen. Das ist von Dale Carnegie. Sorge dich nicht, Liebe. Das ist ein wundervolles Buch. Ich werde dir ein paar Tipps von dem einblenden und vorlesen. Ich finde, die helfen, Ängste loszulassen und Sorgen loszulassen. Wenn Ängste, Sorgen oder Zweifeln dich nicht in Ruhe lassen, dann kannst du dir die Fragen stellen. Worüber mache ich mir Sorgen? Was kann ich tun? Wie entscheide ich mich? Und wann setze ich meine Entscheidung in die Tat um? Was kann mir als Schlimmstes passieren, wenn ich es nicht schaffe, mein Problem zu lösen? Bereite dich in Gedanken darauf vor, das Schlimmste zu akzeptieren, falls nötig. Versuche ruhig und gelassen, das Schlimmste, mit dem du dich im Geiste bereits abgefunden hast, abzuwenden. Neige ich dazu, das Leben in der Gegenwart auf später zu verschieben, mir über die Zukunft Sorgen zu machen? Mache ich mir manchmal die Gegenwart schwer, weil ich die Dinge bedauere, die in der Vergangenheit geschehen sind und die längst vorbei und erledigt sind? Stehe ich morgens mit dem Vorsatz auf, den Tag zu nutzen, das heißt, das meiste aus diesen 24 Stunden herauszuholen? Probier die Fragen gerne aus und auch die Methode, mit dem in den Körper reinkommen, deinen Körper wirklich spüren und dich orientieren an dem, was gerade um dich herum ist. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback, schreib mir gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald!